Aber MK8 kann ich nicht mehr spielen. Das kann man höchstens bei Hübi in den News anschauen. Aber ey, jeden Samstag, Mario Kart 8 News auf Hübi LP. Hallo Leute, willkommen in einer neuen Folge der Mario Kart 8 Channel News. Und ihr seht hoffentlich ein bisschen an meiner Webcam, dass ich ein bisschen was gemacht habe. Was wahrscheinlich eher nicht so auffällt, ich habe ein bisschen Color Coding drauf gepackt. Nein, aber ich habe einfach die Farben so ein bisschen dementsprechend abgeändert, dass alles ein bisschen natürlicher und vor allem auch knalliger von den Farben ist. Nein, aber worauf ich eigentlich hinaus will ist, ich habe mein Mikrofon weiter nach unten gepackt und den Popschutz weggemacht. Also dieses fette schwarze Ding, was man davor hatte. Weil ich habe mal einen Vergleich gemacht, Mikrofon mit Popschutz, Mikrofon ohne Popschutz. Und man hört, also das normale Ohr würde nicht hören, ob einer drauf ist oder nicht. Bei meiner aktuellen Audioqualität oder überhaupt bei der auf YouTube, ob da einer davor ist oder nicht. Und ich dachte mir, man hat immer dieses fette schwarze Ding vor der Fresse. Mache ich das da mal weg, tu mein Mikrofon ein bisschen nach unten, stell es so ein, dass es meine Stimme trotzdem in guter Lautstärke erfasst. Und dann wirkt es doch alles viel besser, wenn man mich so fast komplett ohne Mikrofon in der Webcam sieht und ja nicht so ein fettes schwarzes Teil davor ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist jetzt auch meine erste Aufnahme. Damit vielleicht ist der Ton wirklich merkbar schlechter oder ist es wirklich einfach alles in Ordnung, so wie es eigentlich die ganze Zeit war. Was mein Wunsch wäre, weil ich es echt cooler finde, wenn man in der Facecam einfach fast die ganze Person sieht und dann nicht noch so ein störendes Teil davor hat. Weil ich habe nämlich auch immer wieder Facecam-Videos gesehen, wo sich Leute da teilweise immer so hinter ihrem Mikro versteckt haben, dann immer so geredet haben und man eigentlich nur ihre Augen gesehen hat, weil ihr gesamter Mund plus Nase vom Mikrofon verdeckt war. Und da dachte ich mir, da könnt ihr euch auch die Facecam gleich sparen, so ne. Aber ja, deswegen dachte ich mir, komm, ich versuche da mal möglichst viel von dem Mikrofon aus der Facecam rauszubekommen, wie nur geht. Und jetzt sieht man halt da unten, dass da so ein Mikrofon ein bisschen ist. Aber es ist ja wirklich nicht störend und ja, also so viel mal zu meinem Setup hier. Eigentlich geht es ja hier immer um die letzte Woche und die letzte Woche war mal was ganz anderes für mich, weil ich wirklich fast eine Woche komplett nichts für YouTube gemacht habe. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, in den letzten Trendy News habe ich es erwähnt und auch halt immer wieder in meinen sozialen Netzwerken hat man das mitbekommen. Ich war die gesamte letzte Woche nicht daheim, ich war die gesamte letzte Woche von Montag bis Freitag in Mühlheim. Dann kam ich Freitagabend nach Hause, habe da genau eine Folge Pokémon aufgenommen. Samstag hatte ich von 10 bis 16 Uhr Zeit, was zu tun, oder eher von 11 bis 16 Uhr. Aber da war auch noch Mittagessen und so drin, da habe ich es geschafft zwei Videos zu produzieren. Ähm, und die auch auf geplant zu stellen und die hochzuladen. Und dann am Sonntag bin ich auch um, oder halt gestern für euch, bin ich auch um 11 Uhr aufgestandene. Hab da meine Sachen gepackt, hab was gegessen und bin zum Schiedsrichten gefahren. Jetzt kam ich heute am Sonntag wieder um 20.30 Uhr nach Hause. Und jetzt um Viertel vor 10 komme ich dazu, hier diese Trendy News aufzunehmen. Also, ich habe wirklich versucht, meine freie Zeit in YouTube zu investieren, aber es kamen nicht mehr als drei Videos bei rum. Schlicht und ergreifend, weil einfach, ja, alles voll war. Und das ist eine komplett neue Erfahrung für mich gewesen. Dass wirklich einfach so viel los war, dass das einfach für YouTube kein Platz war. Deswegen kam jetzt auch, kommt jetzt auch heute und auch die letzten Tage, kommt jetzt immer jeweils nur ein Video. Weil, weil, weil es halt einfach zeitlich nicht möglich ist. Äh, please don't judge me. Ähm, werdet ihr wahrscheinlich eh nicht eher. Ich kenne euch ja, ihr seid ja sehr verständnisvoll, aber jetzt die nächste Woche habe ich wieder sehr viel, äh, was heißt sehr viel, habe ich wieder Berufsschule. Ähm, und da sollte ich dann doch wieder, wieder Zeit finden, genug Videos zu produzieren. Es ist ja eh jetzt bald ein, ein relativ spannender Moment auf dem Kanal oder wieder eine spannende Zeit, weil ab dem 3. März kommen ja die Switch Let's Plays. Das sollte ja irgendwo klar sein, auch wenn das am Anfang noch gar nicht so viele sein werden. Aber auf jeden Fall, bis dahin sind es noch, lass mich auf meine, auf meinen 16, sind es noch 19 Tage. Das sind weniger als 3 Wochen. Und ja, es ist natürlich immer die Frage, was macht man so in der Zeit? Ähm, Majora's Mask wird jetzt bald ein Ende haben. Ich glaube, aktuell sind wir bei Part 53. Und ich glaube, grob geschätzt, es werden 56 Parts circa. Also Majora's Mask wird diese Woche enden. Und wenn alles glatt läuft, wird vermutlich auch Superhorror 3D Land diese Woche enden. Dann haben wir aber nur noch, nur noch Pokémon Vice 2 bis zum Switch Release. Und diese Zeit möchte ich natürlich auch irgendwie füllen. Und ich werde, glaube ich, für die zwei Projekte ein neues Projekt starten, dass ich dann zu Switch Release sozusagen noch genügend Slots frei habe, um Videos zu machen und die alten Projekte auch nicht zu vernachlässigen. Also ich werde vermutlich jetzt bis zur Switchzeit auf zwei Projekte runtergehen, nachdem 3D Land und Majora's Mask jetzt dann diese Woche abgeschlossen werden. Ähm, und ja, also wie gesagt, ein Projekt habe ich im Kopf. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen vor Switch Release. Das, ähm, wird auch variabel in der Länge sein. Also es wird keinen festen Anfang und Ende haben. Ich werde das so schön handeln können, wie ich will. Ich möchte noch gar nicht so viel verraten. Ähm, ja, und vielleicht dann ist, weil ich dann einfach wieder mehr Zeit habe, weil ich noch zwei Projekte zum Aufnehmen habe. Und auch Pokémon Vice 2 jetzt kein Projekt ist, was ich hier 7, 8 Parts am Stück aufnehmen kann, weil das ja einfach so ein Themenprojekt ist. Also wenn es gut läuft, schaffe ich zwei Pokémon Vice Videos am Stück und ansonsten schaffe ich eins pro Tag, weil es einfach doch sehr, sehr aufwendig ist, über Themen zu reden. Es fordert sehr viel Konzentration. Man muss sich auch Gedanken machen, wie will ich darüber reden, wie verpacke ich die Informationen so gut, dass ich am Ende einer Pokémon-Folge auf einen geeigneten Schluss komme. Es ist, in Pokémon Vice 2 steckt sehr viel Denkarbeit drin, sagen wir es mal so. Und das ist kein Projekt, was du mal einfach anfängst aufzunehmen und dann nimmst du 7 Parts am Stück auf, wie es zum Beispiel Majora's Mask ist, weil du dann in Zelda so von dem Spielfluss gecatcht wirst. Aber ich kann ja nicht vom Themenfluss gecatcht werden, das ist nicht möglich. Das sind wirklich 25, also wenn das Thema 25 Minuten geht, 25 sehr, sehr geistig aufwendige Minuten. Äh, und ja. Deswegen wird jetzt auch Pokémon Vice 2 kein Projekt sein, wovon zwei Parts am Tag kommen. Das ist jetzt dann auch nicht in eurem Sinne. Ähm, weil ich sag mal, wenn man sich die Videos anschaut, dann ist ja doch immer eine gewisse Message dabei. Und man will sich davon ja auch nicht immer zwei am Tag geben. Ich glaub immer so einmal, ein Video jeden Tag oder ein Video alle zwei Tage ist bei solchen Themenvideos besser, weil... Ja, solche Videos strengen an, das glaubt man nicht. Aber selbst wenn jemand über Themen redet, man denkt ja die ganze Zeit darüber nach, was er erzählt. Und das ist sehr viel Denkarbeit. Und das sind Videos, die auch beim Zuschauen, dem Zuschauer etwas abverlangen. Genau wie beim Kommentieren dem Let's Player. Ähm, und ja. Das zweite Projekt, was ich dann noch starten werde, wird, wenn alles glatt läuft, täglich kommen. Aber trotzdem merkt man dann, oh, da ist ja, da, da, also wir haben ein Projekt, was täglich kommt. Und Pokémon Vice 2, was nicht immer täglich kommen kann, weil es sehr aufwendig ist. Das heißt, ich hab immer noch, ja, einfach mehr Freizeit, sagen wir mal. Ab Switch Release wird's dann, glaub ich, sehr aufwendig hier auf dem Kanal. Ich möchte ja die Switch in vollen Zügen genießen. Und auch mit, gemeinsam mit euch, ähm, da, äh, viel, viel Content machen und viel, viel Interaktion und so weiter. Ähm, aber dann wird einfach mal wieder ein bisschen Freizeit übrig bleiben. Und solche Freizeit hab ich ja bisher einfach meistens immer genutzt, irgendwelche neuen kreativen Videos zu produzieren, die mir einfach in den Kopf kommen. Sei es irgendwie eine Try Not To Love Challenge. Das war jetzt nicht so aufwendig, I know, aber es war irgendwie doch witzig. Oder mal wieder ein Vlog. Also, es wird wieder Zeit da sein, einfach mich wieder ein bisschen kreativ auszuleben bis zur Switch. So ist auf jeden Fall mal mein Plan, ähm, wie ich jetzt dann weiter vorgehen möchte, wenn Majora's Mask und 3D Land vermutlich diese Woche abgeschlossen werden. Nur, dass ihr schon mal ein bisschen Bescheid weiß. Dafür sind ja die Channel News da. Am, 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 am Freitag hab ich auch Geburtstag. Ich hab noch keine Ahnung, was ich da tun soll. Ähm, ob ich einfach abends ein paar Jungs einladen, ein bisschen mit dem Chill, oder ob ich, ich hab keine Ahnung. Ich weiß wirklich noch nicht, was ich, was ich an meinem Geburtstag machen möchte. Ähm, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ähm, könnte, könnte sehr spannend werden. Ich muss mir da auf jeden Fall noch was überlegen. Ähm, eine Sache ist aber die letzte Woche dennoch passiert, auf die ich euch gerne hinweisen möchte. Der liebe Garni hat ein Best of von mir gemacht, und zwar von Super Mario 64 Last Impact. Äh, wenn ich hoffentlich dran denke, werde ich euch den Link zum Video unten in die, äh, Beschreibung packen. Habe ich ja bis immer so gemacht, weil nämlich die Best ofs gekommen sind. Ähm, das ist mein erstes Best of bei ihm auf dem Kanal. Hab mich auf jeden Fall sehr gefreut, vor allem kam es sehr überraschend. Er hat mich darüber nicht in Kenntnis gesetzt oder so. Auf einmal war das Best of online. Ähm, also falls jemand, äh, ein, ein Fan vom Super Mario 64 Last Impact Projekt war, kann er sich das gerne angucken. Ich finde, er hat wirklich da die besten Szenen zusammengefasst. Ja, ähm, ich glaube sonst viel zu, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nicht mehr viel zu reden. Wie gesagt, ich kam die letzte Woche dazu, genau drei Videos aufzunehmen. Ich hatte zum Glück die Woche davor einfach so viel aufgenommen, dass trotzdem vom Montag bis Freitag jeden Tag zwei Videos kamen. Das war doch ein gewisser Aufwand, wie ich jetzt merke. Ähm, aber ich denke, in der nächsten Woche wird es dann wieder mehr zu berichten geben, wenn dann die beiden Projekte ausgelaufen sind. Es ist, ja, es ist einfach sehr viel privat passiert, äh, über das ein oder, über die ein oder andere Sache, die ich diese, die letzte Woche erlebt habe, möchte ich auf jeden Fall noch in Pokémon reden. Das ist klar, weil mir ist wirklich ein relativ krasses Erlebnis, ähm, ja, ich, 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 oder, ich habe ein krasses Erlebnis erlebt, so blöd wie es klingt, ähm, wo ich auf jeden Fall mit euch drüber reden will, weil das ist doch sehr intensiv, aber dazu dann, dann eben in der Pokémon-Folge mehr. Für die Channel-News war es das heute einfach fast schon. Es gibt einfach nicht so viel und ich versuche, ich will es jetzt auch nicht künstlich strecken. Ähm, ich könnte jetzt noch ein Rennen fahren und irgendwie mir irgendein Thema aus den Fingern saugen, aber, ja, das war es einfach. So, es gibt nicht mehr zu sagen und ich sehe gerade, ich bin knapp über den zehn Minuten. Yes, kann ich zehnmal Werbung schalten? Nein, Spaß. Ähm, ich habe noch nie auf meine Videolänge geachtet und, äh, ja. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Ab den, die nächsten Tage haben wieder zwei Videos. Aktuell ist es einfach zeitlich nicht möglich, dass ich zwei Videos am Tag mache, deswegen nur eins. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, Audioqualität und so passen. Ähm, ja, haut rein, euer Hybi. Bis zum nächsten Mal.